Der Start von der Ziellinie aus im Talents-Cup. Fertig. Das ist der erste Lauf im Talents-Cup bei den Jungs. Mit dem starken Sieg von Henry Fieber. Los geht's. Toller Start von Emma Breitbart. Innen. Maler Irde. Aber Emma Breitbart hier ganz stark. Ganz schneller Start von Gerhard Riedel. Aber da kommt auch noch wieder ein Lach mit dem auf. Und er holt sich das. Und Lach mit von Mayer Rieber-Busen. Das ist ein wunderschöner PSD-Bang da oben stehen. Die Einzelne heute über die 60 Meter unterwegs waren. Abonniert den Schritt dann ersten Teilch island vor dem improchaines und der andere in einem Jahr wieder auf. Ja, denn mit einem... Keine Zauge-Fi-Fi-Fic他的 BarraWhat im Regelung zu laufen, Wir tue Not discontinue inurersche Seifung.